Aber wenn wir verlieren, verlieren wir mit epischer Musik. Da 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 da... Hast du das halt auch? Das war kurz zu spät. SCH charmant jetzt wird's dramatisch da ich den vaiden sehe DAAA RADD через RIN PIG PNG das sieht gerade so gut an Come on, klar himien hab ich nicht gesehen das war episch ja doch Alter! Was macht der denn? Leute, abu! Loll! Hä? Na na na! Oh oh oh! Rated! Loll passe! Hab Bowser eingetündet! Good job! Ja! Ja! Na uff! Ja! Na! Kannst du aber nicht jedes Game so spielen wie jetzt? Dass ich Kills mache? Nein, dass du mal gut spielst. Das kommt nicht ins Video rein Ich hab vergessen das ich aufmäh aber jetzt wo du es sagst kommt das erst recht rein. Oh fuck. Ich stecke. Ace, haben gewonnen. Mal schon wieder und ich kriege wieder 5 Punkte. Du hast 97, ich hab 57. Das ist etwas weniger, aber egal. Ben. 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 Ich weiß nicht wie man seine Lane callen kann und dann so rein zu kacken, das verstehe ich nicht. Hast du noch nie gehabt, ne? Ja doch, aber. Diese LeBlanc-Jukes sind so unglaublich, ne? Eigentlich war es gar nicht so geil Das ist unsere Schenke, wir catchen die jetzt Ah, ich wurde gecatcht Dedeedeedeede Nein! Weißt du, das war wieder so ein Spiel, da denke ich, die Promo habe ich echt nicht verdient Ja, hast du auch nicht